Und da wären wir wieder zurück bei einer weiteren Runde von Innazuma Eleven Go Strikers 2013. Gott, der Name bringt mich irgendwann nochmal ins Grab. Wir sind zurück hier in unserer kleinen niedlichen Behostung, wollte ich gerade sagen. Das ist ja nur die Trainingshalle. Nein, das ist der Clubraum. So, Defi, lern reden. Ich glaube, das wird mir nichts mehr mit uns. Irgendwas, was ich wissen müsste? Will mir hier irgendjemand was sagen, bevor wir loslegen? Nicht? Okay. Okay, du freust dich. Du bist heiß, ich seh's. Du willst, du willst Dresche geben, ne? Ja, willst du Dresche geben, kleinen Kageyama? Willst du Dresche geben? Ja, du willst Dresche geben, ne? Du willst, du willst den Dark Emperors, willst du jetzt den Arsch versohlen? Seh ich dir doch an. Machen wir, machen wir. Alles kein Problem. So, unser Ziel ist die Reimatschule, beziehungsweise wir wollen dahin zurückgehen. Und wie ich gerade so schön sage, die den Arsch versohlen. Ja gut, dann zeig uns deine Kraft. Wir sind bereit, glaube ich. So, wir sind bereit, glaube ich. Gott, ich kriege plötzlich das Hutbrennen. Alter, ihr habt mir doch was ins Trinken gemischt. Gebt es zu. Ich glaube, der will die auch verdreschen. So. Na, dann wird es nochmal einfach so. Ach ja, uns erwartet ja das Liebespärchen. Aua, ich war fast fertig. Ich glaube, der wollte das nicht hören. Wir sind auch was geladen. Schießen wir von hier. Wir müssen das Liebespärchen in der TP betrugen. Das soll nicht reingehen. Das soll nicht wirklich, was nichts bringt, daher geladen. Jedenfalls ist er jetzt nicht mehr geladen. Das ist weniger gut. Das ist gar nicht gut. Da sollten wir vielleicht schon die Dreiertechnik nehmen. Das ist bitter. Das war einfach so grob. Ich muss mit der Führung hinterher rennen. Na gut, dann rennen wir jetzt der Führung hinterher. Sind wir bereit? Wir rennen jetzt der Führung hinterher. Ja, wunderbar. So, mein Ball. Die Zeit im Nacken. Alter. Jetzt weiß ich wieder, warum ich das krasse. Dir wird das Lachen schon aufgeben. Danke. Lass mich in Ruhe. Ist das Goenji? Da war Goenji. Alter, lass mich in Ruhe. Ich hab zu tun. Jetzt können wir zwar nicht mehr schießen, aber wir behalten den Ball. Ja, der ist schon wieder... Alter, der ist ja schon wieder aufgeladen. Ob das durchgeht? Das ist eine ziemlich starke Technik. Jo. So, Ausgleich. Gut, wir wissen, dass das funktioniert. Oh, was wollte ich nicht? Ich hab's da. Aus dem Weg. Na, mal gucken, ob er seine Level 2 Technik macht oder seine Level 3... Der ist ja schon wieder aufgeladen. Alter, was nimmt der? Ich bin entsetzt. Also nicht darüber, dass er gehalten hat, sondern eher darüber, dass er das... ...gedingst hat. Dass er schon wieder aufgeladen war. Max, gib den Ball her. Keiner mag dich. Außer Jutis. Die ist nicht da. Das heißt, ich kann tun und lassen, was ich will. Es ist keiner, der dich beschützt. Du bist geladen. Ich schieße. Der Spinning-Cut, ja, das kommt locken. Okay, das geht über innen weg. Auch gut. Und das müsste er jetzt locker halten, aus der Empfehlung, aus der Wege geschossen haben. Sag ich doch. Naja, aber das kostet doch. Okay. Ist ja schon wieder... Alter! Ähm, wir haben keine Verteidigung. Na toll. Unsere Verteidigung ist non-existent, wie man hier sieht. Da muss ich demnächst dringend was ändern. Wir stehen total neben mir. Was heißt, wir können gleich wieder der Führung hinterherrennen? Toll! Da hab ich Bock drauf. Schnauze, Kasu, du bist der Nächste. Ich bin nicht wütend oder angepisst. Ich bin nicht Zollteam. Klappe. Muss hier durch. Schnauze ist auch geladen. Na toll. Nee, ich kann der nicht mehr schießen. So. Dann geh aber auch hin. Dankeschön. Cut. Welche Fehlpässe können wir uns echt nicht leisten. Jetzt ist es auch noch ein Foul, der feine Herr. So, wer schreit so viel rum, wie du willst. Wenn ich mit dir fällig bin, dann schreist du auch rum. Ich schieß an mir. Sonst wird das mit der TP-Dizidierung nicht mehr in diesem Leben. Warte, was kann... War der grad schon wieder geladen, die Sau. So. Kann doch nicht sein, dass so ruckig jemand hier ins Töre schießen muss. Dark Emperor's Kick-Off-Fude. Mit der rechten Spiel. Dann schreit es. Dann schreit es. Hup. 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 Den behalten wir. Hup. Hup. So, ich renne vor dir weg. Was willst du dagegen machen? So, schieß mir noch mal von hier. Hat er verdient, den Schlag ins Gesicht. Das wird's räuchen. Ist so ein Langstreckenversorgung. Oh, das ist das... Nice, da soll ich nicht nahe. Ein nützlicher kleiner Strahlemann. Ich darf auch für alle rüber zu springen. Das bist du eine Gazelle. Das hat viel Wasser. Ich meine Wahl. Das ist doch keine Gazelle. Das ist das Gazelle. Das war nicht mal witzig. Jetzt können wir dir schon wieder den Ball abnehmen. So. Ich hab ihn. Ich behalte ihn. So einfach ist das. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Gehst du weg. Dankeschön. Ich gehe wieder. Tschüss. Der ist klar. Ich weiß gar nicht. Kurii, machst du ne Verteidigungstechnik, neuerdings? Keine von der ich nicht so. Alles zu. Ich bin mir nicht sicher, ob es schlau ist, mit einer Level-3-Technik, äh, mit einer Level-1-Technik zu verstärken, aber... Das hätten wir vielleicht so durchlassen sollen. Wenigstens kommt er nur mit seiner Level-1-Technik an. Der Rino ist nicht geladen, warum schütte ich die Wehme? Aber wir sind geladen. So lobe ich mir das. So, Karia. Immer schön dem Ball entgegen gehen. Das ist eine der Grundsachen, die man lernt. Du passt, Chris. Dem Ball entgegen gehen. Nö. Danke. Ich bin nett und hab gefragt. So, schießen wir mal wieder von hier. Mann, klein Kageyama ist gefährlicher, als ich ihn in Erinnerung hatte. Oh, da hat sich jemanden erwischt. Wird es reingehen oder geht es nicht? Nein, gut. Okay. Nope, hier schießt keiner mehr. Außer wir vielleicht. Aber wir dürfen das. Nein, Max. Aus. Da fällt mir gerade ein, wir haben immer noch die Basis-Raimon-Leute. Wir haben noch gar nicht die aus Raimon-Caravan geholt. Sollten wir vielleicht bei Gelegenheit mal nachvollziehen. Wobei das eigentlich nicht mehr für Sinn macht, weil in der Summa Japan um die Ecke ist. So. Sakuma, tu mir den Gefallen und schieß mal aufs Tor. Nicht du! Kasu, siehst du aus wie Sakuma? Ich schieß von mir, der kann das auch nicht zugestimmt. Und er ist wieder aufgeladen, ich fasse es nicht. Ich glaube, der nimmt irgendwelche Drogen, dass der dauernd aufgeladen ist. Vielleicht ist es auch seine Liebe. Aua. Komm zurück! Okay, du gehst nach vorne. Bin ich voll ganz bei dir. Zum Ball gegen Ginkouenji. Zum Ball. Ist ein bisschen geschummelt, aber wir kommen zum Schluss. Ich habe noch nie einen Stimmer gesehen, der freiwillig am Tor vorbei gelaufen ist. Statt direkt auch zu. Hm, gehen wir hier mal in die CP aus? So. Oh, das wollte ich nicht. Egal. Da steht wachs. Natürlich ist er geladen, wenn man es drauf antwortet. So. Du nehmst mich, danke. Ah, hier ist keiner geladen. Das ist ein bisschen kacke. Alter, wolltest du grätschen? Holte man ein paar längere Beine. Da, ich bin besser, was ich davon habe. Auch nicht geladen. Kein GP mehr. Ah. Toll, da kam Sonnenschein namens Apollomatsu zu Gange. Da drückte er einfach vorher ab, die Sau. Da wurde unser lieber Sonnenschein gerade um seine Spezialtechnik betrogen. Ich weiß es nicht. Ah, ich glaube, das ist sicher. Der hat noch eine volle CP. So. Den Ball. Oha. So. Ganz ruhig, Endo. Der Ball ist ziemlich safe. Lernen den Ball entgegen gehen. Schießen wir mal von hier. Er ist ja schon wieder geladen. Der hat da echt ein Abo drauf, oder? Die Sau. Das will ich auch. Ich wünsche, mein Torwart wäre immer so oft geladen wie der. So, ich droppe euch alle um, wenn es sein muss. Dankeschön. Na gut. Das war, denke ich, eine ganz gute Runde. Bis auf die zwei Verteidigungsfehler. Sehr schön. Da haben wir uns doch gleich verbessert. Ich will mal kurz was gucken. Und zwar nicht hier. Sondern hier. Okay, ihr lernt das nämlich gar nicht zusammen. Das ist nämlich das Ding. Der Teiko-Kido zählt nicht zu dem normalen Kido. Normalerweise teilen sich die unterschiedlichen Varianten eines Charakters die gleiche Freundschaftsleiste. Beim Teiko-Kido ist das aber zum Beispiel nicht so. Der hat seinen extra. Das heißt, wir sollten vielleicht zusehen, dass wir die ganzen anderen Leute holen. Entweder die Inazuma-Caravan oder Inazuma-Japan-Leute. Reifen schlagen. Meine Lieblingsbeschäftigung. Gleich nach Frauen schlagen. Und das ist nicht sexistisch. Ich bin selbst eine Frau. Ich darf Frauen schlagen. Oh, ich glaube, dass das wird sie ja aber gewinnen. Oh. Oh. Das werden wir bei dem nicht mehr schaffen. Oh, weiter neben. Alter, der zieht uns hier ab. Ich bin voll schlecht da drin. Wir sind Fußballer und keine Boxer. Alter, auf der letzten Sekunde holt dir noch 10 Punkte extra aus. Das war so eine knappe Kiste. Nee. Ich will eine Revanche. Ich lasse nicht zu, dass jemand im Reifen boxen besser ist als ich. Oh, ich habe verloren. Es gibt kein Essen mehr. Ich boxe dich um. Ich schlag dich im Reifen. Ich schlag dich. Oh. Weißt du, was willst du dagegen tun? Hm? Du könntest mich mit Reifen bewerfen. Ich schlag dich. Ich schlag dich. Ich schlag dich. Ich schlag dich. Ich bin da voll schlecht, weil ich mich dabei voll konzentriert bin. Oh, voll schlecht. Das hätten wir geschafft, aber den genialen Reichensschlager wird man mich nie nennen. So, damit können wir den kleinen Post-Bäckchen da jetzt anwerben. Ah, dich kennen wir doch, Rosaris. Jetzt können wir sie auch hier als Managerin benutzen. So. Aber hier. Ach, da ist Inazuma-Karavan abgelehnt. Ich hab euch schon gesucht. Ich dachte, ihr wird weg. Ich hab euch schon gefragt, wo ihr versteckt habt, meine kleinen Süßen. Na ja, die Außen. Ach, Tachimukai steht im Tor. Aua. Ähm, falscher Kilo. Lass mich durch. Au, ich hab gesagt, lass mich. Lass mich durch. Dass das kein Abseits war. Oh, es geladen. Es geladen. Ist nicht gut. Ich hätte nicht von da schießen, weil der Block ist jetzt. Oh, doch nicht. Ich dachte, sie war für schon wieder. Okay. Wir machen sie da wie folgt. Nope, das lässt du bleiben. Kage! Lass mich! Ickimats! So, Tsupugi, dein Einsatz. Ob das durchgeht? Ob es durchgeht oder nicht? Seht ihr, wenn das Licht angeht? Welches Licht? So. Das ist einfach witzig, wie zu Ruki hier einfach mal dieses Strikers Niveau komplett powercreept. Wer ist Go-Engie? Ja, was macht Kahn? Meiner. Läuft's. Warum stehst du so weit vorne? Das ist fatal, der hier steht nichts zu suchen. Ja, gut, schieß das Tor, wenn es sich glücklich macht. Schieß mir von hier. Hier ist toll. Okay. Okay, wisst du Bescheid. Okay. Okay, wisst du Bescheid. Oh, tschüss. Das wollte ich nicht. Dankeschön. Auslösung. Ich hab nicht aufgepasst. Warst du aufgeladen oder nicht? Ich hab nicht aufgepasst. Warst du aufgeladen oder nicht? Auslösung. Da stand Kilin hoch aufgeladen. Bei Besthings. Kann der Liebe das blocken. Dankeschön. Und deshalb stehst du da. So sieht's nämlich aus. Oh, das hat aber wirklich sein Tribut gefordert. So, wenn du jetzt nicht aufgeladet bist, müsste das eigentlich reingehen. Ich dürfte eigentlich keine LTP mehr haben, wenn ich das nicht gesehen habe. Naja gut, danach wahrscheinlich nicht mehr. Oh, das ging ja durch. Ja, Yata, aber auf jeden Fall. Da Yata hast du richtig. Da Yata reich gleich mit. Nein, 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 geh weg. Lass mich mit deinem Turm zufrieden. Gut, dass die gerade nicht gereiht hat, dass sie ihre Verteidigungs-Technik ja da einsetzen kann. Da kam Kaby gerade um die Ecke. Der auch einfach weiter wegschießen kann. Wenn der jetzt nicht aufgeladen ist, wird das rein. Aber wahrscheinlich ist der aufgeladen. Ja, er ist aufgeladen. Warum denn nicht? Man kann's ja. Okay. Nicht. Ach, Mann. Alter, wenn es so weitergeht, kommen wir erst zum Schuss, wenn A, die Halbzeit vorbei ist. Oder B, wenn wir aufgeladen sind. Lass mich in Ruhe. Oh, ich nehme mir den mal. Tenma ist nämlich geladen. Ich glaube, der war geladen. Natürlich ist der von der Herr geladen. Ich habe kein Problem damit, dass die Torwart-Technik zu stark ist. Ich habe ein Problem damit, dass der Torwart-Technik zu stark ist. So. Zeit, dass Gott auch mal in unseren Namen spazieren geht. Wart auf meine... Toll, ich habe nur auf meine Freunde... Alter, ruf mich nicht um. Ich habe auf meine Freunde gewartet. Denn gemeinsam sind sie stark. Das ist die Magie der Freundschaft. Oh, das war ich ja. Okay, Jungs. Wer in Krieg darf, wie ich darf schießen. Oder auch nicht. Kann denn in dem Team jeder die Verteidigungs-Zecht decken. Zerugi, du siehst geladen aus. Dann zeigt den Herren doch noch mal seine schöne Technik. Und der Dampf. Sieht sehr gut aus. Mag ich sehr gern. Oh, das höre ich gar nicht. Das werden wir denke ich mal überleben, oder? Ist das zufällig jemand? Nein? Muss ich Endo tatsächlich überhaupt bemühen? Das ist ja unglaublich, dass ich jemand dazu bemühen muss. So. Wir müssen ja darauf achten, dass wir weiter entschießen. Wobei das wahrscheinlich so schwach ist. Oh, hi! Wollte grad sagen, wird der Level 1 technisch, weil das wahrscheinlich so schwach, da sitzt er einfach nichts ein, hält das trotzdem. Er ist aufgeladen. Natürlich ist er aufgeladen. Habt ihr etwas anderes erwartet? Der scheetet doch. Warum scheetet er? Weil er sonst nicht gewinnen kann. Er hat es ja so schon schwer. Den nehme ich, danke. Ist doch offen hinterher zu rennen. Ja, wenn es etwas gibt, was ich nicht mache. Jetzt ist es, wenn man mir in die Hacken grätschen will. Oh, er ist ausnahmsweise nicht aufgeladen. Aber er hat schon wieder genug CP zusammengesammelt, weil er immer aufgeladen war. Das mache ich falsch in diesem Leben. Oh, ich sage es nicht, ist simpare. Das ist gut. Ich hasse dich. Geh mir aus dem Weg. Nächstes Mal grüße ich dich rum. Kannst du vor Glück sagen, dass der reingegangen ist? Sobald Fudo im Team gewesen wäre, wärst du deines Lebens nicht mehr froh geworden. Oh, komm. Jetzt auch das. Passen wir mal hinten rum. Schießen wir von mir. Why not? Dankeschön. Oh, natürlich ist der wieder aufgeladen. Ich mag. So, da hast du das Faulrecht. Aber lässt du das? Habe ich dir nicht erlaubt? Das habe ich dir nicht erlaubt. Da steht mal hinten rum. Hm, aha. Jetzt hat er dich geladen. Zurück, du möchtest wieder. Nein, du möchtest nicht. Der ist nämlich auch geladen. Alter! So! Schießen wir von hier. Kann Go-Enchi den gleich noch verlängern? Der steht ja noch nicht. Ja, kann er. Er ist mal wieder aufgeladen. Kann man bitte jemand die mal erzählen, wo der überhaupt aufgeladen ist? Das hätte ich gerne mal als Minutenrutscher gerechnet. Der ist ja gefühlt das halbe Spiel aufgeladen. Der Sau. Das Lachen wir vergehen. Dankeschön. So, zu uns beiden Hübschen. Du kennst du völlig eine Technik, die du nicht halten kannst. So, halt das mal. Powercreep for the win. Gut, sie ist von da. Kein Problem. Und in einstechnisch packen wir von da locker. Ist da zufällig jemand? Okay, Endo muss ich bemühen. So. Apollo ist frei. Oh. Da bin ich in die falsche Richtung gespürtet. Und wieder ist der feinde Herr aufgeladen. Irgendwas mache ich falsch in meinem Leben. Nope. Das passiert nicht. Weil wir es können. Dankeschön. Dankeschön. Oh, er ist mal ausnahmsweise nicht aufgeladen. Welch ein Wunder. Und er hält trotzdem noch alles. Ja, fast alles. Ich wollte gerade sagen, abseits kann das ja schlecht gewesen sein. Warum pfeift der? So, hätten wir es auch geschafft. Sehr schön. Wir haben das Brett abgeschlossen. Und was gibt es da? Das werden wir uns dann beim nächsten Mal angucken. Oh, ein Schüssel. So, was da ist, werden wir uns beim nächsten Mal angucken. Denn dieser Part ist vorbei. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Würde mich sehr freuen. Also bis zum nächsten Mal. Und bis dahin sage ich wie immer, ciao. Ciao.